Hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben Freunde, willkommen zurück zu My Journey Karriere, zur My Journey Karriere, besser gesagt, ja, wenn wir es richtig aussprechen wollen, zur My Journey Karriere mit Holstein Kiel aktuell, ja, wir wissen ja auch noch nicht mal, wie lange wir noch im Holstein Kiel Trikot Trainingsgelände sein werden, ne? Und ja, es läuft ja nicht so gut, wie wir uns das erhofft haben. Wir müssen in dieser Folge hier wirklich alles fangen. Die Mannschaft steht nicht wirklich gut und ja, wir müssen halt hoffen, dass sie sich endlich fängt. Paris Brunner und Vita müssen endlich mal anfangen, Tore zu schießen. Ja, gehen wir erstmal rein in die Woche und hoffen einfach das Beste und dann gucke ich mal, was so gemacht werden kann vor Cottbus. Wenn irgendwas Spannendes passiert, sehen wir uns dann, sonst vor dem Spiel gegen Cottbus. Bis gleich. Angekommen am 10. Spieltag der 3. Liga in Deutschland. Die Mannschaft sieht soweit ganz souverän aus. Timo Becker, Patrick Eras sind nicht ganz so fit. Wir können hier nochmal Cole Campbell, nehme ich ihn mit oder Haraguri. Ja, wir nehmen beide so mit, wie das jetzt gerade da steht. Ja, ATSVR Lang hat Interesse an uns und Barockstadt hat Interesse an uns. Aber das ist halt nicht so die, wo ich mich jetzt gerade sehe aktuell. Deswegen gehen wir erstmal rein und hoffen einfach, dass wir die Kurve kriegen mit Kiel, weil dieses Jahr würde ich schon gerne mit Kiel beenden. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Wir müssen halt jetzt langsam kommen. Sie sind 17. Wir sind 9. Wir sollen aufsteigen und dann ist der Sieg hier in Cottbus sehr, sehr wichtig für uns und unsere Zukunft hier in Kiel. Ich denke, das könnte sogar auch schon zu Ende gehen, wenn wir hier in Cottbus nicht gewinnen sollten oder zumindest verlieren sollten. Könnte schon zu Ende gehen. Wir müssen halt schauen, dass unsere Stürmer endlich treffen. Und das ist das größte Problem bei allen meinen Projekten, dass die Stürmer nicht wirklich treffen, bis auf hier, wie hieß es nochmal, Deportivo La Coruña. Da wollten sie treffen. Wir gehen mit einem 0-0 in die Halbzeit. Das ist natürlich nicht so gut. Spielergespräche, Assistent hier übernehmen das mal. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf. Wir müssen halt gewinnen, da gibt es kein Wenn und Aber. Deswegen müssen wir auch aufdrehen. Deswegen müssen wir auch aufdrehen. Kempel kommt für Skripski. Ab kommt für Brunner. Nettchen kommt für Mokuena. Ja, damit haben wir den ersten Schritt gemacht. Wir bringen Haraguchi jetzt nochmal für Garcia rein. Und Villarreal für Riminus. Und hoffen jetzt einfach, dass das was bringt. Alter, wir machen einfach kein Ding. Wir machen einfach offensiv kein Ding. Wir gehen in die Schlussphase. 90. Wir spielen wenigstens unentschieden. Wenigstens haben wir einen Punkt geholt. Ich meine, das ist natürlich sehr bitter, gegen Bochum nur einen Punkt zu holen, wenn man nur zwei Chancen hat. Also ja, Timo Becker ist Spieler des Spiels. Ergebnisse, wir fallen auf 10 zurück. Könnte sehr, sehr interessant werden die nächsten Wochen. Spieltagstatistik von uns ist hier. Niemand dabei spielt. Das ist Luca Schuler. GG sagen wir das nur. Angekommen gegen Viktoria Köln. Ja, es wird nicht einfacher. Ich denke, wir werden das dieses Spiel noch ausprobieren. Wenn wir gegen Viktoria Köln nicht gewinnen sollten, falls einer unserer Stürmer nicht trifft, gehe ich auf die zwei Stürmer. Dann nehme ich Schulz halt raus und werde auf Mokuena und Raketisch gehen. Wobei ich eventuell einen sogar als offensiven Hochzieher, aber eher offensiveren Spiele hochziehe und mit einem zweiten Stürmer gehe. Das werde ich auch im Laufe des Spiels vielleicht ausprobieren, wenn es halt nicht laufen sollte. Gebt euer Bestes hier auf jeden Fall am 11. Spieltag. Wir müssen endlich mal wieder treffen. Wie lange haben wir nicht mehr getroffen? Wir kassieren auf jeden Fall ein Gegentor. Besser kann es nicht starten. Und ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Wir sind mit 727 die viertstärkste Mannschaft der Liga, aber machen halt keine Tore. Das Gegentor ist jetzt wieder bei einem Schlag ins Gesicht. Paris-Brunner hat eine 5,5. Wir müssen halt gucken, wie wir uns dahin entgegenwickeln. Entwickeln. Wickeln. Entwickeln. Und zu schauen. Gregor mit der gelben Karte. Garcia. Einfach unser Linksaußen macht das 1-1. Wichtiges Tor hier. So, und dann müssen wir mal schauen. Wir haben, ja, kein gutes Spiel. Paris-Brunner geht direkt runter. Vierter Arp kommt rein. Wir bringen Raketisch runter. Jetzt haben wir mal die Jungen, Wilden. Und dann machen wir Spielergespräche. Hier Assistent. Lass uns genauso weitermachen. Dann fühlt sich alles zu so eine zweite Halbzeit. Müssen wir abgehen. Zweite Halbzeit müssen wir abgehen. Wir bringen Kempel rein für Skripski. Aber Gucci-Vegas hier. Und wie immer, Viareal für Feminis. Alter, es kommt einfach nichts. Von unseren Stürmern kommt einfach gar nichts. Komm an, Jungs. Ein bisschen was muss kommen. Wir müssen hier mal wieder gewinnen. Wir kriegen sogar eine Siegprämie von Hauptsponsor. Es gibt nur die gelbe Karte für Wettchen. Und das war's. Na, nochmal Viktoria Köln. Und wir spielen schon wieder unentschieden. Punkt für Punkt. Statistisch gesehen, drei Chancen zu neun. Also wir spielen keine Chancen raus. Wir müssen das anders. Wir müssen die Formation anders machen. Wir haben jetzt die letzten Spieler. Okay, wir haben jetzt zwei getroffen. Davor haben wir zweimal getroffen. Davor haben wir zweimal getroffen. Davor haben wir zweimal getroffen. Davor haben wir einmal getroffen. Und davor war der letzte Sieg. Wir sind jetzt sechs Spiele sieglos. Bitte. Spieltag-Statistik. Von uns ist hier niemand dabei. Spieler des Tages ist Papé. In... Nu. Bah. GG. Jetzt gegen Preußen Münster. Der Unterschied dazu ist. Aber ich habe die Formation ein bisschen verändert. Ich dachte, komm, wir machen das mal mit dieser Dreierkette. Defensiv und Mittelfeld. Zweitzentrale Mittelfeld. Wo Rakitic halt der ein bisschen vorgeschobene Spielmacher ist. Mokoyene soll der Dribbler gehen. Dann Arp und Brunner sollen sich gegenseitig unterstützen. Reed kommt zwischendurch rein. Und wir können mal schauen, ob hier irgendwie noch was ist. So von Ablösefreier Stürmer. Der mindestens eine 62 hat. Ob der uns irgendwas bringt. So für eins los. Ich kann mal alle gucken, ob da noch... Ja, okay, da sind zu viele. Dann gehen wir mal auf 65er Stärke. Auch zu viele. Auf die 70er Stärke. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Und da sind sogar sehr viele junge Talente bei. Wenn man sich das so anschaut. Couture, ja. Aber wir wollen ja in die andere Richtung gehen. Und dann sind wir hier richtig. Und da haben wir natürlich mit... Weil der Germain... Danny Wellbeck wäre natürlich auch nochmal was. David Deer mit Wellbeck. Könnte ich mir sogar vorstellen. Wellbeck könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Zwei Jahre. Wir gehen mal auf 500.000 runter. Und dann versuchen wir das mit hier am nächsten Verkauf. Vier Prozent. Osten am Karriereende kannst du haben. Und Optionen für Spieler. So, das ist mein Angebot für dich. Wäre auf jeden Fall sehr nice der Junge. Und dann können wir hier nochmal den ganz jungen Türken hier angucken. Das Blickfeld aufnehmen. Habe ich da noch einen Scout frei mit... Und dann haben wir auch noch andere Positionen. Zentrales Mittelfeld könnte man natürlich jetzt doch noch ein bisschen verstärken. Linksaußen. Ja, da haben wir auch einige interessante Spieler. Generell, wenn man sich das hier anguckt. Da sind noch ein paar Schnuckel bei. Warte, wir gehen jetzt mal auf das Älteste. Ich will mal wissen, was das Älteste ist, was uns hier so auf jeden Fall interessieren kann. Hier Modest wäre natürlich auch nochmal ein Ding. Ich meine, der kennt Deutschland. Der kennt Deutschland mehr als sein eigenes Land. So, wie er hier in Köln und so gefeiert wird. So, dann haben Ibarra, Rodriguez, Wellbeck. Habe ich ein Angebot gemacht. Diaf. Romero. Sisoko wäre auch nochmal interessant. Dele Ali. Den neben Dingserbunds erstellen. Wenn man mal in die Offensivere geht. Ja, die wollen alle... Spiel. Aber der, der Ali wäre auch nochmal so ein Ding. Anteil am nächsten Verkauf. 4%. So. Dann müssten wir hier wirklich nochmal bei Finanzen. Budgetänderung. Da habe ich ja noch ein paar bisschen. Dann nehme ich mal noch 600.000 und pack die auf Gehälter. Ja, dann müsste das passen. Wir gehen aber jetzt erstmal rein mit der neuen Formation gegen die Münster. Ost-Westfalen würde ich sagen, ne? Oder? Preußen-Münster. Ist es Ost-Westfalen? Oder ist es einfach nur Münster-Bielefeld-Derby? Ich weiß es gerade nicht. Hoffentlich läuft es jetzt. Wir kassieren natürlich direkt das 1-0. Alexander Hahn. Beste Leben. Es läuft wieder mal in die falsche Richtung. Kassieren das 2-0. Wer weiß, ob wir diese zwei Spiele überhaupt noch miterleben. Garcia macht das 1-2. Wie vorhin macht er auch das wichtige Tor. Jetzt müsst ihr am besten nochmal ein Tor treffen zum Ausgleichen. Marvin Schulz mit der Vorlage. Wir gehen in Richtung Ende 1. Halbzeit. Mit dem Rückstand. Oder kommt wieder lang. Mit noch einem höheren Rückstand. James Wilson. Timo Becker macht nochmal das 2-3. Also hier ist jetzt gerade was los, was Tore angeht. Bloß das Ding ist. Unsere Stürmer treffen nicht. Das ist das Ding. So, Halbzeitansprache. Lust, das zeigt es Ihnen. Ey, von euch muss jetzt was kommen. Ich weiß, dass ihr hier gerade am eingewöhnen seid. Aber von euch muss jetzt einfach was kommen. Ja, Wettchen kommt rein für Raketisch. Ja, Real kommt nicht ganz klar mit der Dreierkette. Und Reed kommt rein für Brunner. Einfach in der Hoffnung. Vielleicht trifft der ältere Mann jetzt. Komm schon, Jungs. Wenigstens unentschieden wieder. 77. 80. Wir gehen in die Schlussphase. Das wird die Niederlage. Das wird eine Niederlage. Und da ist der Schlussschiff. Wir verlieren das dritte Spiel. Aber wenigstens haben wir Tore geschossen. Statistisch 7 Chancen. Wir haben mal Chancen gekriegt. Das ist auf jeden Fall liegt die uns besser. Ja, jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir noch lange genug Trainer bleiben. Wir fallen auf dem 11. Zurück. Nee, wir bleiben auf dem 11. Spieltag Statistik. Von uns ist hier natürlich niemand dabei. Spiel das Tag ist jetzt Martinovic. Der wäre natürlich auch nochmal was für ein Sturm. Das sagen wir noch eins. G. G. Ja, jetzt kommt der Afrika Cup. Quali. Quali Afrika Cup. Total Afrika Cup of Nations. Quali Gruppe B. Wir sind mit Gwena Ibiza Äthiopio. Nee, wir müssen gleich mal schauen, mit wem wir alles in der Gruppe sind. Der hat unsere Mannschaft einfach komplett auseinander genommen. Ich weiß nicht warum. Er hier alles gelöscht hat. Das ist schon mal sehr interessant. Warum hast du die komplett auseinander genommen? Kannst du mir das erzählen? Ich meine, okay. Nützt ja nichts. Ich muss die Mannschaft gleich neu einstellen. Aber ich will jetzt erstmal gucken. Kalender. Wir sind mit Algerien in der Gruppe. Mit Äthiopien. Und mit Gwena Bissau. Ja, das sind unsere Gegner in der Gruppe. Dann haben wir jeden Monat spielen wir einmal gegen die nicht. Und dann haben wir FIFA Weltmeisterschaftsgruppe. Aber wir müssen uns qualifizieren für Dänkster Boomster. Ja, er hat das hier, weil ich das bei, äh, hatte das hier gelöscht. So, warte, ich muss es hier speichern. 3K, 2Z, 1D. So, nechtig. Damit das gespeichert ist. Und dann hier gehen wir, ich meine, was haben wir an Spielern? Wir haben die zentrale Mittelfeldspieler. Wir haben einen Defensiven. Wir haben keine Offensiven mehr Mittelfeldspieler. Und Stürmer. So, komm, dann machen wir einfach die Formation, die ich mit Aachen vorher schon hatte. So, Kapitan kommt rein als Torhüter. Dann Linksverteidiger kommst du. Du bist mein Backup. Nein, wir gehen rein mit den jungen, wilden. Motlomeme Makwanzi. Und dann Palazzi als Ersatzrechterverteidiger du. Mokwane kommt mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Defensive Mittelfeld ist gesetzt. Zentrales Mittelfeld ist gesetzt. Linksaußen ist gesetzt. Rechtsaußen ist sowieso gesetzt. Und Stürmer ist auch gesetzt. Ja, also da haben wir wirklich keine große Auswahl an Spielern. In der Hoffnung, dass sie sich hier noch fangen. So, ja, das müsste dann die Formation sein. So, gehen wir rein ins Spiel gegen Algerien. Ich meine, ich rechne gar nichts. Ich rechne mit gar nichts gegen Algerien. Also, ich müsste eigentlich auch machen. Hier Heimmannschaft einmal reingehen. Und der Co-Trainer macht die Wechsel. Wir gehen noch direkt nach einer Minute in Rückstand durch Mahrez, den City-Spieler. Ich weiß nicht, ob er noch bei City spielt. Wie dann noch bei City? Ja, wir spielen noch bei City. Stand da direkt. In der Hoffnung, dass wir hier halbwegs gute Ergebnisse machen. Und Nas kriegt auch die Gelbe. Wir kassieren natürlich das 2 zu 0. Und, ja, ich glaube nicht, dass wir hier großartig was machen können. Wir müssen einfach hoffen. Einmal austauschen. In der Hoffnung, dass es halbwegs erfolgreich wird. So, zur Halbzeit komplett ausgetauscht. Assistent. Macht es so, wie wir im Training einstudiert haben. Kann ich auch hier schneller machen. Jetzt die National-Länder-Spiele. Und Nas kassieren wir. Wir schießen das 3 zu 0. Ja, 4 zu 0. Wir kriegen hier richtig auf die Fresse. 5 zu 0. 4 zu 0 verlieren wir. Let's go. Let's go. Ich bleibe auch jetzt erstmal kurz direkt drin. Ja, Wellbeck. Komm. Alter, die wollen mich hier nerven. Halt so krass, ne. So, komm. Ich biete dir 675.000. Vorstand wird das auf jeden Fall nicht akzeptieren. Dann machen wir so. Und das ist auch mein letztes Wort. Wenn du nicht kommst, dann kommst du nicht. Dann schaue ich mich anderweitig um. Passiert halt da. Bei dir ist das gleiche. Wir gehen auf 600.000 Angebot. Das ist das letzte Wort. Frau schon akzeptiert das nicht. Dann bleiben wir dabei. Ich meine, ihr seid. Ihr habt internationaler Klasse. Der Le Alli hat abgelehnt auf jeden Fall. Andere ist noch nicht durch. Ja, da gehen wir auch mit rein. Und jetzt gehen wir in das nächste Spiel der Nationalmannschaft. Einfach in der Hoffnung, dass das hier schick wird. Das könnten wir sogar. Da könnten wir sogar was reißen, ne. So, jetzt hat er ihn fertig gescoutet. Fast fertig gescoutet. Vazali. 40 ist er jetzt. Haben wir noch, äh. Ich meine, das wird noch fleißig weiter gescoutet hier, ne. Geht raus, spiele ordentlichen Fußball. Diesmal nicht nach einer Minute hinten gelegen. Ja, 0-0 zur Halbzeit. Dann einmal die Offensive austauschen. Und hier in der Abwehr verletzt sie, weil der nicht ganz frisch ist. Wechseln kann ich nicht mehr. Und wir kassieren natürlich noch mal das 1-0 gegen Äthiopien. In der 73. Und das war's dann auch. Ja, wir verlieren unser zweites Spiel. Ergebnisse. Wir sind aktuell letzter. Und wir müssen jetzt noch gegen Guineza Bissau. Hm. Wer weiß, wie lange wir Trainer von diesem Verein bleiben. Von Äthiopien. Ich meine, bei... Wieso sind wir jetzt bei 0? Wir haben doch gar nicht gespielt. Wir werden gleich gefeuert. Wir werden gleich gefeuert. Ich gehe nochmal weiter. Bis zum nächsten Spiel. Und in der Hoffnung, dass wir nicht gefeuert werden. Weil sonst werden wir schauen, was wir noch kriegen. Da werde ich noch ein bisschen vor simulieren. Und dann gucken wir, bis wann ich was kriegen sollte an Verträgen. Ich meine, wir haben noch ein Spiel übrig. Hier für die Nationalmannschaft von Lesotho. Und dann müssen wir halt hoffen, dass wir alles hinkriegen. Wenn wir bis dahin noch Osnabrück Trainer sind. Äh, Colchland-Kiel Trainer sind. Das ist die Frage. Angebot. Und Dings da. So. Ja, das wird auch nichts. Da kriegen wir auch auf die Fresse. Gar nicht gerade lang drumrum schnacken. Geht raus. Aber das ist jetzt natürlich bitter, wenn das auf die Vereinsmannschaft geht. Pelé. Wir haben einfach ein Pelé. Nationalmannschaft. 33 Jahre alt. Beste Leben. Beste Leben. Bist du halbzeit ausgemacht? Ich habe es halbzeit ausgemacht. So. Ich war schon in der Halbzeit. So war das. Deswegen habe ich weitergedrückt. Ah, okay. 2-0 verlieren wir auch das letzte Spiel hier. Beste Leben. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir jetzt bei Holstein Kiel gefeuert werden. Einfach aus dem Prinzip, dass wir da drei Spiele verloren haben. Ja, da ist es. Die Kündigung. Als sie am Vereinsmannschaft zur Arbeit erscheinen, werden sie mit einem Blitzlichtgewitter begrüßt. Die Rötter bestürmen sie mit Fragen. Endlich verstehen sie, was passiert ist. Das ist jetzt das erste, zweite Mal, dass wir gefeuert worden sind in der Journey-Karriere. Schade, Kiel wäre natürlich nice gewesen, aber wir können jetzt auch einmal direkt schauen. Ich meine, unser Geld wächst ja auch langsam, ne? Wir können auch jetzt mal direkt schauen in der Karriere-Option, was da so für Angebote sind. Wir haben einmal Fleetwood Town aus der Sky Bad League 2. Wäre natürlich interessant, wo ist denn das Altrichem, unser Ex-Verein. Dann haben wir San Donato Taverne aus der Serie C, Girona B. Und San Donato Taverne aus der Serie C, Girona C. Also, wäre auf jeden Fall interessant. Wäre auf jeden Fall interessant, aber wir machen jetzt erstmal das. Wir sind gefeuert worden und können erstmal Golf spielen gehen. Aber ich bin nicht für diese drei Vereine gerade, ist nicht so meins. Neun Spiele, neun Siege, zwei Unentschieden, elf Niederlagen. Okay, hier 49 Siege, 14 Niederlagen und da vier Siege, vier Unentschieden, sechs Niederlagen. Und das reichte, Dings der Monster. Lesotho, ein Sieg, fünf Niederlagen, vier zu 14 Toren. Ich hoffe natürlich, das Beste für Kiel. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich werde jetzt erstmal weiter simulieren, bis ich einen Verein habe, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt den ganzen Monat Zeit. Bis Ende des Monats. Oder bis Ende Mitte November. Bis Mitte November. Oder Ende November habe ich Zeit. Und wenn ich am Ende November, letzte Woche im November, muss ich dann einen Verein annehmen. Wenn ich da keinen finde. Also sehen wir uns gleich bei der Vereinsvorteil. Vielleicht kommt früher was. Bis gleich. Damit sind wir am Ende des Novemberes angekommen. Ich konnte eine Woche vorher gar nicht gucken, weil ich letzte Woche einfach gar kein Angebot habe. Ich habe auch den Vertrag mit Lesotho gekündigt, aufgelöst, weil da lief es gar nicht gut. Und normalerweise hätten die mich jetzt schon gefeuert mit den gefühlt 20 Toren aus drei Spielen oder so, die ich kassiert habe. Deswegen gucken wir uns mal die Vereine an. Wir haben einmal Oberliga Westfalen. Das ist eher nicht so das, was ich denke. Dann haben wir Kampter, so Calcio Serie C, Girona, Girona A und Cittadi Sant'Agata. Also, wenn man ehrlich ist, Italien. Es wird Italien. Aber wir werden dann wahrscheinlich gucken, dass wir erstmal nur einen Jahresvertrag unterschreiben. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Teams an. Ja, da sieht es gar nicht so gut aus. Und hier schon ein bisschen besser. Dann gehen wir auch ins Rente. Ja, das ist die, nicht die? Warte. Da ist es. Wir sind 17. Da haben wir 50, 50, 50. Und hiermit haben wir ein bisschen besser. Nur im Sturm müssen wir nachlegen. Aber da können wir schauen. Wer ist denn finanziell? Wer steht finanziell besser? Der Finanzstatus und nationale Prestige 5 von 3. 6 von 3. Ja, dann gehen wir mit 6 von 3. Gehen wir mit Compatazigo Calcio rein. Anfrage ausgewählter Verein. Wir möchten einen Jahresvertrag. Wir gehen auch runter vom Gehalt. Und hier runter. Und Option für den Manager. Falls ein gescheites Angebot kommt, das wir wechseln können. Da können wir jetzt ein bisschen höher vom Gehalt gehen. Weil die haben hier alles angenommen. Da gehen sie drauf ein. Gehen sie auch auf die Option des Managers ein. Ich meine, okay, wir sind bis Ende des Jahres da. Also wird das wahrscheinlich keine großartigen Probleme geben. Sie nehmen nur nicht die Option für den Manager an. Jetzt haben sie sie angenommen. Unterschreiben. Damit haben wir unseren neuen Verein gefunden. Sind auch beim Golfen ein bisschen weiter gekommen. Ich habe gefühlt jeden Tag abgebrochen, damit ich golfen gehen kann. Und jetzt sind wir beim zweiten. Es ist vielleicht 20. Wir haben ungefähr 20er Golf Handicap. Und das sieht schon mal gut aus. Und der Verein hat sogar 50-jähriges Bestehen. Das ist schon mal auch sehr nice. Wenn man sich jetzt hier private Bereich, ja, Handicap 20, können wir auch direkt golfen gehen. Die haben das letzte Spiel unentschieden gespielt. Und jetzt momentan sieht halt alles mies aus für uns. Und wir müssen halt wirklich gucken, dass wir diesen Verein hier hochziehen können. Wir haben viel zu viele Spiele, auch in der zweiten Mannschaft. Und die Jugendmannschaft sieht auch nicht gut aus. Ja, das wird halt ein hartes Stück Arbeit. Aber wir haben ja ein bisschen in Geld. Und rein theoretisch gesehen, könnte ich bestimmt auch noch hier 2 Millionen, um uns zu verstärken. Von der nationalen und internationalen Prestige ist es ja gar nicht so schlimm. Dann gehen wir hier nochmal auf Karriereoption. Nein, Karriere da. Sprachen lernen. Aktuell lernen wir Spanisch. Könnte Italienisch noch dazu packen einfach, weil ich jetzt gerade da bin. Und mal schauen. Ich meine, Holstein Kiel ist leider zu Ende. Und wir müssen hier jetzt noch den richtigen Kader raussuchen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich würde hier die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr das gerne in der Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Lasst ein Abo da. Und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich hab kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Ich bin наших in der Leute die terus nennt. Wir sehen uns in den. everest?